Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Osterfeuer gibt es jetzt einige. Auch an der Oase ist so etwas geplant. Und zwar am Donnerstag, dem 29. März. Ab 16 Uhr geht es los. Außerdem bietet das Bad in den Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr mit dem Aquatrack für die jüngeren Besucher viel Spaß. Zum mittelalterlichen Ostermarkt wird auf das Gelände zu Grenzburg eingeladen. Von Freitag, dem 30. März, bis Montag, den 2. April, wird es dort ganz wie im Mittelalter zugehen und es gibt einiges Interessantes zu entdecken. Die Mühle und das Kreuz lautet der Titel des Kunstfilms, der am Karfreitag um 18 Uhr im Schloss zu sehen sein wird. Gemeinsam mit dem Filmclub Güstrow wird der Streifen gezeigt, der in einzigartiger Weise das Passionsgeschehen reflektiert und in die Epoche des 16. Jahrhunderts einbettet. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017